die weiter wie du abwärts da ich muss mich konzentrieren arbeitender Opa Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's play minicraft ich glaub unser erstes mal Forina dass wir hier auch nicht doch dass wir jedenfalls hochladen weil die anderen waren immer scheiße ich hoffe das wird mal geil Alter ne neue Map kenn ich nicht man hat auf jeden Fall ah man hat unendlich Pfeile sehr gut Jo wahrscheinlich hat man das das ist gut alter Alter was gibt's hier noch alles drin Perfekt sau coole Sachen Alter nice ok jetzt gibt's richtig hart auf die Fresser Alter ich hab jetzt das overpowered Zeug mitgenommen jetzt schon ja bist du dumm ich geh jetzt voll drauf äh Junge ganz kurz äh wie machen wir's greifen wir uns direkt an oder das weiß ich nicht ich würd sagen vielleicht nicht direkt aber wir dürfen auch kein Team machen ja Team nicht also ich weiß nicht also wir machen kein direktes Team aber wir gehen nicht direkt als erstes aufeinander also wir machen Team nein ne aber so hört sich sie halt an Alter Alter die Map is awesome das ist sie ja ich seh das Huhn ja warte ich mach nichts aber renn mal weg so dass ich dass ich jetzt nicht zu dir komm und nichts mache ich weiß nicht wo sind wir nur zu dritt? ne nein Alter bei mir läuft's urscher Au 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 Ich hab zweieinhalb Herzen und bin entkommen Oh da oben ist jemand Shit und der hat glaub ich nen Bogen oder so Oh ne Nein Lass mich Lass mit mir Ich bin tot Oh ne Ja du bist schlecht Wieso? Debst du? Du bist auch schon tot Ja aber ich hab nur nen Holzschwert genommen Ja ich hab nur nen Steinschwert genommen Ja gut hab ich gesagt dass ich nur nen Holzschwert genommen Ah ja gut hab ich aber Jo wahrscheinlich oder? Ja Junge Ja Junge Huhn Oh da kriegt der voll auf die Fresse Oh jetzt sagt er GG So jetzt ändere ich ganz kurz was Ein Huhn etwas Das Direktschadens Aber weißt du was? Einfach mal mit Dingens Der ist zu trinken Ja Ja Der ist richtig Huhnig Ja dann kann man sich selbst Huhn Ja Also ich hab jetzt mal auf Vollbild gestellt Fertig Fertig Weil mir ist letztes mal Also mir ist eigentlich bis jetzt immer aufgefallen aber Ja da an der Seite ist es ein bisschen weg Das dürfte jetzt besser sein weil es jetzt auch 16 zu 9 ist und nicht 16 zu 100 16 zu 100 8,9735 Oder 16 zu Huhn Oder 16 zu Huhn Alter Okay du hast einen gekillt läuft bei dir auf jeden Fall Dann mach ich jetzt den anderen oder was? Der Witz war das ist natürlich mal wieder jemand reingekommen und ich hab trotzdem nebenbei Gewonnen? Ja Das läuft auf jeden Fall mal bei dir Okay Ich hab mich voll gefeiert jetzt Hä wo ist denn der andere Typ? Siehst du den? Ich seh den nicht Oh Junge ich fühl mich irgendwie scheiße wenn wir so Waffenstillstand machen Weil ich persönlich raste dann immer ein bisschen aus aber Ja wir müssen auch nicht Waffenstillstand machen Doch 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 ist okay Ich find ich mich ja cool Ich würd schon so Hä wo ist er? Er freut sich schon voll Wo ist er? Keine Ahnung Wahrscheinlich krieg ich jetzt gleich von hinten irgendwas in die Fresse und dann bin ich tot Hä? Ich check nix Oh du hast mitgedacht und hast ihr geschrieben Natürlich Boah so lustig ist es jetzt auch nicht Ah Leute der andere ist geläftet Ja aber er nicht Ah er ist tot Oh Junge wir sind im Wir sind im Deathmatch Echt? Ja natürlich der eine ist tot der andere ist geläftet Ah da bist du Natürlich Ok jetzt kriegst du halt die Fresse Boah Scheiße Alter du machst mich nur gelogen Alter wie du atmest Alter Ja ich muss mich konzentrieren Arbeiten der Opa Spass da Alter Nein Boah der war nice Wie viele Leben hattest du noch? Weiß ich nicht Kannst nicht mehr sehen jetzt Alter GG man Aber nicht mehr viele ne? Boah ich musste gerade Ich hab heute echt sogar abend so Ja du hattest nicht mehr viele oder? Doch einigermaßen Einigermaßen Ah das finde ich laberig Doch Doch Natürlich Ja Alter da ist schon jemand Äh wieder jemand ins Thema gekommen Ah der Matteo muss schon wieder reden dir Ja Alter kann man von hier jemanden treffen Das würde mich mal interessieren Alter Was ist? Dann wieder jemand in deinem Zimmer Ja Fack zu mir kommt einer Ich muss aufpassen jetzt nicht so atmen alter Lieber einfach die Luft anhalten Einfach einfach die Luft anhalten Geh rauf auf ihn Geh rauf auf ihn Nein das ist Das ist Teamen Das ist Team Da hab ich kein Bock drauf Ah du bist tot Ja Sag mir das doch mal Ach so hinter dir Seh ich nicht Wir müssen aufpassen auf den Der hat schon Ah was Ja gut hab ich Ja Ja gut hab ich Ja gut hab ich Ja gut hab ich Der hat doch erst zwei gewonnen immer mit der Ruhe Junge Wie lange brauchst du denn? Ja ich bin fertig Ich benutze diese ganzen Tränke gar nicht Ich schon Was hat er für ne Rüstung? Leder Lederhühnung Ich auch Achtung Wo? Ich treff ihn irgendwie nicht Shit bin ich gerade schlecht Wo ist er denn? Hinter mir Kannst du bitte jetzt nicht auf mich schießen? Nein Oh gg Hast du ihn gekriegt? Ja Dann geht es weiter ne? Alter fuck you bitch Alter du bist so ein Wichser ich hab Alter du bist so ein Spaß Was? Ja was denn? Kurz zu regeln Du bist so ein Wichser Ich fand's lustig Ich nicht Ich schon Ja komm Aber wir müssen dann schon direkt weitermachen Weil ansonsten Denkt er echt wir Team Ja aber Hättest mich ja noch kurz weg reinlaufen Okay mach ich nächstes mal okay? Ha fick dich Ne mach ich wirklich nächstes mal Ja guck mal ihr habt alle schon zwei ich hab noch keins Ja Das wär mal meine Chance gewesen ich war gar nicht schlecht Ja okay sorry Ich hab den gar nicht schlecht gemacht Tut mir echt leid Und ich war schlechter equipped als er Tut mir echt leid Nicht Fuck da kommt der schon Shit ist der gut alter Der ist verdammt gut Achtung ich bin tot Oder so Ja Oh fuck alter Boah Krass wir verbauen's gerade schon ein bisschen ne Warte GG Alter war der gut Shit GG G G Ich hatte mal ne Strategie bei der Rüstung aber ich hab sie jetzt irgendwie nicht mehr Du bist aber auch ein Huhn Ne Wir müssen echt auf den aufpassen alter der war Der ist verdammt gut Oh Junge lobt ihn jetzt nicht auch noch Hä komm das kann man schon mal sagen ja Das war Ja ja Der ist auch einfach gut Ist auch so Ist ja auch so Ja 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 gut Äh Oh fuck alter Wie der abgeht Hä lol der trifft mich so auf komische Entfernung alter Ja echt mal Na ja ist mir jetzt egal Ja Also ich hab einen kleinen Verdacht auf Hacks Nur nicht weil er gut ist Es kann sein dass er wirklich so gut ist ja Äh Das mag ich jetzt auch gar nicht sagen Aber Es kann auch sein dass er hackt Ich finde er trifft auf ne ziemlich weite Entfernung Das wundert mich Aber gut Vielleicht ist er auch einfach saugut Ja Oder so keine Ahnung Oder sein Ping ist richtig gut Das kann sein Ja okay ich hab jetzt Ich hab jetzt richtig harte Rüstung genommen Ich hab meine dir Rüstung genommen Wo ist der Typ? Ich kann jetzt nicht verlieren Doch Wenn ich jetzt Wenn ich jetzt verliere dann bin ich richtig schlecht Wo ist der? Weiß ich nicht Ich hab sau Angst Hinter dir Hinter dir Ah Das war chillig Okay darf ich jetzt direkt weitermachen? Fuck you bitch Ja Sag einfach Wenn du mich siehst Ja Ich weiß wo du bist Glaube ich Nur ich weiß es doch nicht Ha Huhn Ich hab sau Angst Ich glaub meine Batterie von der Maus ist gleich alle Alter guck mal wie er sich aufgedreht hat Oh Der hat mich gesehen Echt jetzt Das ist ja krass Und dein Auge juckt Dein Auge juckt Dein Juck ist dir Dein Juck ist dir? Das hast du nur für ne Ultra Rüstung alter Ja Ja Ich hab doch gesagt jetzt hab ich Jetzt hab ich ne Ultra Rüstung Du kannst mich gar nicht besiegen eigentlich Ich probier's jetzt einfach mal Na dann Aber ich bin sicherer im Bogen geworden merk ich Ein bisschen jedenfalls Ich hab grad'n Ich hab grad'n Ich hab'n Die bringen einen auf So Slow Life War es schon vorbei? Nein Nein Ja das ist ja Lava nicht Ich hatte die ganze Zeit nur ein halbes Herzen Ja ich dachte schon alter Wie viel hattest du zwischendurch? Das niedrigste was ich hatte war sechseinhalb oder so Na ja gut aber dafür dass es nur mit Bogen war Ja 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 gut Aber ich bin besser geworden muss man sagen Ja ja bist du auch Ja Das ist aber nur durch Das ist nur durch die zwei Runden gestern Äh 1 vs 1 Das geht richtig ab Ja das geht richtig ab Ja als PWTP Das geht schon so richtig ab Äh 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 Also es geht schon richtig A Okay der ist mit ne Eisenrüstung unterwegs Gehst du auf ihn drauf? Oh Oh ich hab mich selbst vergiftet Oh das war bitter Ja das war dumm Vor allem Was bark Lass mich Scheiße er kommt Lass mich ich kann nicht raus Ich muss dich jetzt töten Hä bist du dumm? Ich muss Weil der Typ kommt Oh bin ich dumm Ich bin so dumm Ich auch Scheiße Gott war ich gerade schlecht Ich muss das machen Ich muss das machen weil wer hinter mir war Es tut mir leid Leute Ich bin einfach gerade richtig lubig Ja wir sind beide schlecht das passt schon Okay Aber du hättest mich gerade echt sehen müssen Das war so dumm Ich setz jetzt nochmal alles Was ich habe Das ist dumm Nein Doch Nein weil der jetzt auch alles setzen wird Nein Doch Es gibt er macht es gibt sau oft Leute die machen jetzt so die Falle Ich schätze den so ein Die machen jetzt gar nichts und verbraten wir unser Scheißzeug Ja das kann auch sein Nein ich wusste es Diamantzeug Ich hab Ey ich seh den am Anfang immer nicht Wo ist der denn? Boah geh weg Alter du gehst jetzt aber nicht auf mich oder? Nein ich bin doch abgedreht du Spasti Ich hab's nicht gesehen du Huhn Ist er das? Ja wenn er Diamantrüstung hat dann schon Ja okay ich bin tot Oh Gott Was darf wahr sein? Was soll ich denn jetzt machen alter? Ich kann niemals gegen den bestehen Mach einfach jetzt geh drauf Hallo Der hat ne Tierrüstung Ich kann nichts gegen ihn machen Ja das bringt aber auch nichts wenn du jetzt ewig wartest geh einfach drauf Ich geh auf den Turm Nein jetzt geh doch drauf alter Nein da kann ich vielleicht noch was machen Hm Okay da vorne ist er Okay du hast verkackt Natürlich hab ich verkackt Oh fuck Scheiße man Ja gut dann würde ich sagen Das war zwar ne scheiß Runde aber es war auch unsere erste Ähm dann würde ich einfach mal sagen wenn es euch gefallen hat oder würden wir einfach mal sagen wenn es euch gefallen hat dann lasst doch ne positive Bewertung da kommentiert das Video macht was ihr wollt Können uns auch gerne abonnieren würde uns auf jeden Fall freuen und dann würde ich einfach sagen bis zum nächsten Video hau rein Leute Ciao